Du, sag mal Ryuk, wie sieht es mit den Äpfeln aus? Den Äpfeln? Ah, natürlich! Wenn ein Apfel in meinen Magen gelangt, verschwindet er für die Überwachungskameras. Aber während ich ihn halte, sieht es aus, als würde er fliegen. Dachte ich's mir. Da ihr nicht sterben könnt, könnt ihr auch nicht verhungern. Mit anderen Worten, das mit den Äpfeln hat sich für dich erledigt. Jetzt, jetzt machen wir mal halblang leid. Diese Äpfel sind für mich wie, wie... Ja genau, wie Alkohol oder Zigaretten für... für... euch Menschen. Ich bekomme Anzugserscheinungen, hörst du? Und wie genau äußern sich die? Mein Körper zuckt wild und ich mach Handstände in all so'n Zeug. Nein, das muss ich nicht haben. Sag ich doch. Hör mal zu, Ryuk. Das Problem ist, dass ich L einen Hinweis gegeben habe. Er lautet, die Shinigamis, die essen nur Äpfel. Das sagst du jetzt? Wenn du auf deine Äpfel nicht verzichten kannst... Dann musst du herausfinden, wo in meinem Zimmer die Kameras sind. Vielleicht findet sich ja eine Ecke, in der du unbeerlegt essen kannst. Hä? Also, gehen wir, Ryuk. Oh, ich soll nach Kameras suchen. Klingt schon wieder nach einer Menge Spaß. clos else. Telefest ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! der